also ja der licht gerade eben war garstig gut so schatzkammer geplündert nächste kammer hier liegt auch noch etwas gold rum die tische können wir leider nicht zerteppern aber wir können die kisten jetzt so wie das glück will haben wir dadurch freigeschalten wahrscheinlich indem wir genug sachen zerteppert haben das hätte ich blocken müssen jetzt aber weg mit euch gut da ist noch so eine trankflasche gleich mal aufsammeln eine ganze horde was war das jetzt so war das nicht geplant so jetzt zu euch bei so das fand ich gerade gar nicht toll dass ich jetzt schon wieder das leben verloren habe das hätte ich eigentlich bei dem licht gebraucht so heilung das andere essen kann ich zerteppern so ah ja beschwörungskristall so blöder magier den muss ich irgendwie beseitigen so beseitigt eigentlich müsste ich den explosionsfurtzei auch noch loswerden genau so nämlich so oh einer ist noch gespawnt gut weg mit dir weg mit dem ding okay das habe ich jetzt eingesammelt egal so und nächster raum au ach ja hier ist der erste krieger der ungemütlich werden kann so au so weg mit dem bogenschützen erst mal ähm ja genau weg mit dem krieger weg mit dem stein so und ich darf ich muss mir das abgewöhnen immer die taste so zu spammen so hier alles einsacken schlüssel nehmen türe öffnen hey kumpels so weg und klappt das ist gut wollte ich gerade sagen okay ich habe ein leben gekriegt zurück in den kampf mit klinge und schild ich sollte das nicht mehr so riskant machen wow äh ja war ganze truppe mein schild in die falsche richtung geworfen okay der kann auch dashen und wieder den schild in die falsche richtung geworfen ah gegen seinen schild gegen gedasht wow feuerpfeil ist nicht so toll au schild hoch wow oder ich mache es einfach so so geht es auch so weg hier gut krieger ist jetzt weg der beschwörungsstein ist weg und ich bin tot weil ich in die falsche richtung geschlagen habe neuer versuch gut ich habe silber freigeschaltet den objekt bei objekte zerstören okay man merkt gottlich ist nicht so einfach und ich stelle mich eigentlich echt dumm an aber ja man muss bei den meisten gegnern erst richtige strategien finden also ist zum beispiel jetzt gut zu wissen dass mein schild die skelette töten kann so hier rüber hüpfen gut so weg mit denen weg mit denen ich sollte eh öfter mal das schild benutzen so die walküre ist ja eher ein defensiver charakter mit dem schild im gegensatz zum barbaren der ja einfach mal so durch die gegner durch sprintet und ich merke gerade ich habe viel zu viele flaschen also kann ich die die ruhig öfter mal benutzen genau die kaputt hauen die kisten sicher ist sicher zeug einsacken so die feuern lassen so die können draufhauen auf meinen schild genau jetzt können sie alle kommen genau so schießt dann springe ich zu euch rüber und verhau euch so gut die dinger die flaschen hier explodieren übrigens lustigerweise wenn man sie kaputt macht wobei ich das als verkür irgendwie nicht so gut hinkriege wie als ranger als elf so essen zerstört vom boden essen äh ja gut wieder mehr mumien so au das war nichts das ist schon eher so und so gut essen und gold jetzt kommen wieder die jungs hier die halb so wild sind weil ich sie einfach mit meinem schild so töten kann genau das machen wir ja gerade ja das ging jetzt mal richtig gut also ja die schwächen der gegner rauszufinden in dem spiel macht schon mal ziemlich viel laune so noch mehr skin weg mit denen fall kurz abwehren die kurz abwehren die kurz abwehren ja das versuche ich ja gerade so beschwörung stein ist weg jetzt geht nur noch der böse schwertkämpfer so der ist auch weg geschichte auf der nächsten seite warte gleich noch mal einer schön hoch so 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 gut wir sind ja jetzt gerade mit vollem leben durchgekommen nur weil ich den schild richtig eingesetzt habe sehr schön gut jetzt kommt gleich der nächste beschwörungstall bei denen sollte ich den schild auch öfter mal einsetzen oder mich in der ecke drängen lassen genau wow naja das essen da oben nicht vergessen au gut den explosions sollen die loswerden und an allen gegnern vorbeidashen ja genau so ist gut so wir müssen rumi ausschalten so jetzt fehlen nur noch die drei zombies die mache ich aber lieber mal so weg okay hier kommen einzel zombies gut die sind leicht weggehauen und da oben ist essen sehr schön das werden wir brauchen und wir haben zwei leben sehr sehr gut gut essen haben wir so dann nicht mal wieder rufen so da kommt die horde aber das ist der todesstrahler gut ich werde mal die jungs hier erstmal los genauso sogar gegen das hilft der schild wow ja beschwör ruhig deine diener die sterben nämlich einfach mal so wow ah ja seien genau sein komischen eiseffekt den konnte ich dieses mal ausmanivrieren auch aber das nicht verstanden habe ich nicht schnell genug reagiert so was zaubert er jetzt noch mehr untote damit kann ich arbeiten mit einer in die falsche richtung fliegenden frisst hier nicht so so au so und jetzt kommt trifft den bastard ja danke gut jetzt kommen wieder ein paar Skilette die einfach zuschlagen so jetzt muss ich gucken hier kann ich doch was sprengen ja hier kann ich was sprengen ey verarsch mich nicht du blöder sniper so ich habe immer noch zwei leben gut und ich spreng hier jetzt die wand weg in der hoffnung dass dahinter leben ist äh das ist erstmal naja essen und noch mehr essen die wand die wand nicht oder ein das ist sch